Das sind so süße, so süße Sachen, ey. Was? Wo? Wie bitte? Grym, Grym. Grym Gate? Ja. Ey, ich will lange nicht mehr dort. Ach du Köckel. Einfach 14, Mann. Was musst du für ein Baujahr erwarten? 2010? 2009. Ich werde dieses Jahr von der 15. Wieso scheiße? Äh, keine Ahnung, ne? Ich fühl mich alt. Ja, Janna könnte dein Vater sein gefühlt. Ja. Seit 30 oder was? Um zu 30? Nein, um Gottes Willen. Wobei, Janna geht schon auf 30 zu, oder? Ja, ich bin 28. Ja, okay, das geht wirklich schon noch. Ich bin sogar noch jünger. Es war alt. Ja, dann ist das nicht mal so schlimm, wie du sagst. Ist zwar alt, aber... Ja, aber ich fühl mich alt, weißt du? Ja, aber ich fühl mich alt, weißt du? Ja, bis heute. Bro, mir wird so oft gesagt, ich stell mich an wie so ein 40-jähriger. Ja. Na, muss jetzt nicht sein. Für mich wird so gesagt, ich wie 80 klinge. Was aber irgendwie stimmt. Ja, nicht wegen deiner Stimme, eigentlich nur wegen Falten, keine Ahnung. Du meinst, weil ich anders rede, oder was? Ja, genau. Und mich nicht so wie eine 14-Jährige verhalte? Ja. Würdest du mir das sagen? Würdest du mir nur das sagen, gell? Ja. Krass. Da hab ich auch schon oft gehört. Ja, mit 14 hatte ich ne Stimme wie, keine Ahnung, ne? Wie jetzt fühlt. Also auch so tief. Ja, der mit 12 hatte ich ne Piepstimme, und dann... Auf einmal ein anderer Mensch. Das sei. Und dann hat immer noch ne Piepsstimme. Ja, so ungefähr. Nein. Na, aber es geht wohl noch nie. Also wirklich, manche haben hier bei seiner alter... ...geistkranke Stimme halt. Wie soll ich's sagen? Man denkt wirklich, er ist noch wie so 18, 17 oder so. Mhm. Wenn ich meinen Bart rasiere, sehe ich aus wie 17. Er sieht aus wie 9. Was für 17. Er wurde es doch nach Ausweis, glaub ich, gefragt, ne? Wo du mal Kippen kaufen wolltest, ohne Bart. Ja, Mann. Ja. Das ist schon traurig. Aber könnte ich schon mit dem Jetpack move'n, Alter. Habt ihr schon gelernt? Damit zu move'n? Ich hab nicht mehr gelernt, wie man schießt. Mit dem Jetpack? Ja, ein bisschen, ne? Komm mit der Zeit. Wir müssen schießen mit dem Jetpack, ja, ja. Er kennt's nicht. Und wieder kannst du nicht schießen. Nein, wir schießen allgemein, ne? Wegen Pause. Ein bisschen mit dem Jetpack, Digga. Was ist das? Ich hab so viel Schiss in den Pfaden, ne? Ich hab so viel Schiss in den Pfaden, ne? Was ist das? Wie na, ui? Oh, gib mal. Ich hab FI-Ground. es ist ja so schlimm ich höre 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 ich umgehen kräg der einer andere auch der die profis haben wirken tschüss ich brauche mal ein schiff ich bin im nordwesten wir haben es zu suchen naja manch schon team ja jetzt wo sind die gegner mit mir da sind wir euch gegner hab ich ich denke mal ja aber auch ein gegner bei mir war ein schuss aber ihr seht ihn nicht mehr jetpack let's go wir müssen wir voll in der nähe aber ich sehe kein gegner hier ich glaube du bist low ne jana brauchst mal madkits hier liegt eins und ja bei mir sind schüsse zeig mal ein jana wir können fahren wir haben sehen ich bin vorne irgendwo ich bin vorne irgendwo ich bin vorne ich sehe ja die fliegenden fahren mit autos hier ich bin nicht so smart wenn ich alleine hingehe oder bei mir ja kannst du eine 50 im auto im weißen das macht wird angefangen wir haben alter track pass auf im auto hinter uns Ich will mich verarschen. Egal, muss ich. Kommt der. Nice. Willst du mich verarschen, 199? Einen HP fehlt mir. Komm her, wo bist du? Warte, wer von euch ist, wer eigentlich? Ich bin derjenige, der Kills. Okay, stimmt. Das sieht man nicht mal, ne? So, kann man sehen. Wenn du eine Karte eröffnest. 100? Wo ist noch nicht der andere hin? Ja. Ist der tot? Der eine habe ich mitgegeben, keine Ahnung wo der andere ist. Seiner ist tot. Einer Billie Eilish scannen wir das. Billie Eilish. Der war noch so eine gummische Weihnachtsbärmung. Hä? Was ist denn? Es ist ja so schwer ohne Sound zu spielen. Na ja, warte, warte mal. Letzte. Ja, perfekt. John, lass mich mal fahren, Junge. Nö. Du Eilish, mach mal jetzt. Warte mal. Letzte, komm. Hör auf den Reifen drauf. Oh, blöd. Bist du eigentlich für Landsmann. Ich bin Albaner. Albaner. Mega. Gibt mir gute Vibes von der Schule. ja ich habe auch albanen ist meine schule aber ich mag den nächsten aussehen sagt sie dass sie aus wie albaner und du bist aber bin ich nicht was bist du eigentlich bei mir ist schwierig ich kenne mal drei davon also mein name allein schon mehrere sprachen der gast zu viel ich kann es ja mal raten du hast du mal ein bisschen was zum denken das ist ein scheiß hier ist der türke ne wusste auch ja okay dann ganz gut kommt ich habe vergessen wie sich das land heißt moldarien was was ist das denn ach so er hat auf die nähe er serbius ich glaube warte nein kein bock mit zu raten dann halt nicht da kann ich das spielen unranked ja 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 oder nein nicht hier das war schon der heißt spaghetti code Was ist das für ein Name? Was ist das für ein Name? Was sind die Gegner eigentlich? Du fährst so wie ein lahmer Enser, ne? Warum musst du ein bisschen Nitro? Du nimmst doch Nitro, ist doch egal Du musst halt nur aufpassen, dass der nicht runter fliegt, wenn du halt jumpst Selbst hier Der ist... Okay, das ist schwierig Da einer Fee Drin Zettel, nice Scheiße, ich hätt' mit Warne Machines Arsenal schießen müssen Ich muss noch zwei Kills machen mit dem Boah, meine Flamme wurde größer, ne? Wegen Level, geil Da fühlt man sich direkt mehr wert, Kappa Hmhm Stimmt, ich hab' das kein Rank, das zählt nicht wie die Missionen Das ist gar nicht mal so scheiße, ne? Ich bin an sich voll gut sogar Aber ich hätt' auch ein bisschen mehr FPS Ich hab' halt kaum FPS da Ja, für Playstation 4 Oder so, ja, 4, ne? 4, 4 Wie ist es eigentlich so, mein Flughafen direkt neben sich zu haben, ist doch praktisch, ne? Äh, Gegner? Gegner bei mir? Also ich bin, äh, meine Phase 4 Am anderen Ende des Raumes gefühlt Achso Da ist direkt im Fernsehen halt Und, oh mein Gott Äh, 10, 100, da ist Jetzt denke ich, ich spiel' auf dem Fernseher halt Und Boah, Fernseher ist richtig aus Aber ich spiel' auch Und der Fernseher ist gigantisch aus Ja, dann noch mehr aus Äh, mein PS4 ist halt direkt runter Und ich spiel' halt auf der Couch Und mein Couch ist halt ganz hinten vom Raum Und deswegen Juckt's so weit Ja, dann ist Alles gut Also noch eine richtig 40 FPS Richtig beschissene Latenz dann, ne? Wegen dem Fernseher Latenz, was? Ja, Delay halt, ne? Ich glaube, das geht's sogar Naja, umso größer Ah, Gegner hier Komm, ab geht's Und wer hat im Auto, fuck Der Zuhälter mit seiner G-Klasse Denkt auch, der ist es, ne? Ich hab jetzt gerade 40 FPS Der ist ausgestiegen Hier ist ins Haus rein Warte, lass mich den töten Der geil Ah, der ist hinter dir, hinter dir Die Banane, Alter Habt ihr gedacht? Was ist der andere? Die ist weggefahren Ich fahr, ich fahr diesmal Der andere kann nicht fahren Du fährst? Ach, okay Vertraue mir, vertraue mir Wo ist eigentlich der andere gewesen? Keine Ahnung Irgendwo in der Ölstum Ich glaube, er ist nicht mal hier Selbst du fährst besser als Janna Als Maul, Digga Vielleicht Schüsse? Naja, das ist Team am Kämpfen Ja, ich glaube, sie in der Nähe Hinter uns, hinter uns, hinter uns Einer ist rum und wonnt Spiel Von oben, von oben Ich sehe es 120 Kickrack Da haben wir 75, du? Ist einer hier? Einer wurde allein gelassen Einer wurde allein gelassen Jeden verraten, helfe Kickrack Boah, mein Jetpack ist leer Weiß auf, Digga Haben die den jetzt echt mitgenommen? Naja Ja Ja, Digga Zwei von denen waren 1 AP Warte, wo sind die hin eigentlich? Jede Kirche hat das ganze andere Puschen mit der Die anderen waren da irgendwie vorn, das nicht? Ich meine, ja, die waren nicht vorn und so nicht? Oh, net klick, Digga Raus Das können wir vergessen, die Zone, ja, ja Knickle Ich muss halt ein bisschen mehr Heat dabei haben. Ich werde hier mal kurz in den Versor rein. Sechs Minis bin ich dabei. Ja passt. Ich hab auch sechs Minis. Ich hab auch. Lass mich mal fahren, komm steig aus. Ich hab mich so dumm. Also ich mein ich hab jetzt besser als er gefahren. Was ist besser? Ich hab jetzt besser als er gefahren hier. Oder wie sagt man das hier? Tausendmal besser als er. Wollte aber auch spawnen, Alter. Da zeig ich euch mal wie man richtig fährt. Guck mal hier raus. Ähm. Drive by. 20. 80. Auf beide glaub ich. Chick rig. In nem kaputten Auto. Chick rig. Nice. Beide. Ich muss wieder kurz. Knock. Die fahre in dem Auto weiter. Mein Jackpick ist leer. Wer hätt nen Coin gehabt. Und das ist ein unsichtbar Coin. Ja oh mein Gott. Das ist ein gewisser Arsch. Ich muss mich schüren. Wo sind die? Wo sind die? Da ist einer nur noch mit dem Auto weggefahren. Ich hab beide gekillt. Da möchte ich ja manchmal Dior haben. Ich mag es nicht so. Ich mag es nicht? Das ist mein Dior, was ich jetzt dabei habe. Ja nehm ich halt. Ne. Ich will das ganz gerne haben. Hier. Jetzt muss ich da rauf. Echt jetzt? Jaja. Jeder muss mal. Ja. Mach dich aber unsichtbar. Jetzt nick dich einfach. Dann kann ich dich sehen. Unsichtbar. Wie geht das? Einfach ducken. Echt? Ja. Das habe ich nicht mehr gewusst. Aber ich mag das mit dem Dior halt nicht so. Aber wenn ich im Welt spiele, ich mich heile, dann tue ich mich automatisch. Das ist einfach so ein Reflex von mir. Dann tue ich immer die Sachen abbrechen. Und deswegen mag ich das nächste. Da oben ist einer. Wie ist denn? Eisenär, aber hier ist ein ganzes Team. Crack? Gut. Nice. Ich brauche einen Piggy. Habe ich vorhin wo mich gerade angeschossen, what the fuck? Ich habe einen Piggy. Komm her. Los. Das am Kaktus. Hey, hau schon wieder mit Autos ab. Oh mein Gott. Ich kann sich nicht mehr. Die letzten, ne? Noch einen Solo und dann die... Ich höre ich die Akte jetzt im Scheißegal. Ich höre ich die Akte jetzt im Scheißegal. Ihr seht die, die eine läuft hier rum. 100, 300, 200, was? Einer AP? Knock? Der eine hat tot zu wohnen. Das ist der meiste Skin. Der ist hier. Er hat 50 AP oder sowas. Hm? Wenn der meiste Skin nicht, der soll richtig laut sein eigentlich. So. Nice, nice. Noch einer. Nimm dir die Krone. Habe ich schon. Nein. Das ist dann nur noch ein einziger. Ja. Die Frage ist, wo ist der letzte? Aber wo ist der letzte? Dann hätt ich wieder zippt ein. Ah, das bist du gewesen. Ich war das. So eine Pussy, Alter. Der wird doch sowieso sterben. Was denkt der? Ich vermute mal, dass der hier kämmt irgendwo. Weil ich der Rest der Spieler aller Zeiten weiß. Ah, zur Hoffnung. So, ich denke jetzt eher weniger. Ja, danke. Er hat's aufgegeben. Er hat's gewusst schon. Macht keinen Sinn. Ja, lass uns nur wieder Ranks spielen. Was heißt wieder? GG, Jungs.